Ja ihr Lieben, lange haben wir warten müssen, wirklich eine ganze Weile, um endlich Jurassic World Chaos Theory genießen zu können. In diesem Video-Format jetzt hier, werden wir jede einzelne Episode von Jurassic World Chaos Theory besprechen. Das heißt, ich schaue mir die Serie gerade zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video hier schaut, immer noch an. Allerdings wirklich episodenweise. Das heißt, ich schaue mir zuallererst Episode 1 an, mache dann ein Video über Episode 1. Dann schaue ich mir Episode 2 an, mache ein Video über Episode 2. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass ich mir sagen lassen habe, dass es hier in der Serie wohl doch sehr viele, beziehungsweise einige mehr Twists geben soll, als nur einen ganz großen. Und ich möchte mit euch in jeder Episode einfach mal über die ganze Sache spekulieren. Das würde logischerweise wegfallen, wenn ich die gesamte Serie am Stück fertig gucken würde und erst danach eine Episodenbesprechung raushauen würde. Das heißt, ja, ich werde auch in jeder einzelnen Episode, in jedem einzelnen Episoden-Review meine eigene Theorie aufstellen, wenn das denn irgendwie nötig und möglich ist, wie es denn weitergehen könnte. Das Ganze muss dann logischerweise nicht zwingend stimmen und ich werde sehr wahrscheinlich auch sehr häufig falsch liegen. Deswegen, bevor wir jetzt hier anfangen, eine ganz, ganz, ganz klare Ansage an euch da draußen. Hier wird nicht gespoilert. Ein ganz klarer, spoilerfreier Raum, bis hin auf die Episoden, die wir eben besprechen. Also wenn wir jetzt hier über Episode 1 sprechen, dann dürfen wir über Episode 1 auch in den Kommentaren reden. Wenn ich irgendwann über Episode 5 spreche, dann dürfen wir logischerweise über alle Episoden sprechen, bis Episode 5 hin. Ich will nur keinen einzigen Kommentar unter diesen Videos lesen, die etwas vorweg nehmen, was hier noch nicht besprochen wird. Und ich werde das jetzt hier wieder knallhart durchziehen, dass wenn jetzt jemand meint, er müsste doch spoilern oder sie müsste doch spoilern, dann ist es mir auch egal, ob ihr Kanalmitglieder seid oder irgendetwas. Ihr werdet dann einfach von diesem Kanal hier gebannt werden. Das hat eben einfach was mit Anstand und auch Respekt zu tun, dass wenn ich euch darum bitte, hier keine Spoiler reinzuschreiben, dass ihr das dann eben auch unterlasst. Das heißt, auch keine Kommentare mit Achtung, Spoiler und dann wird da irgendwas drunter geschrieben. Einfach nicht spoilern. Okay, dann hätten wir das auf jeden Fall auch von vornherein schon mal geklärt. Und jetzt starten wir mit der Episodenbesprechung von Episode 1. Jetzt mögt ihr vielleicht meinen, Tobi, du hast aber schon mal über Episode 1 gesprochen. Das ist vollkommen richtig, ja. Damals war dieses Roblox-Event, da hat man bei Roblox die erste Episode schon einmal schauen können. Allerdings sind mir jetzt hier beim erneuten Schauen der ersten Episode noch so ein paar Sachen aufgefallen, die ich noch ergänzen müsste, was auch einfach daran liegen kann, dass man jetzt wirklich die einzelnen Folgen auch schön in Ruhe genießen kann. Dann auf dem Fernseher, auf dem Tablet, von mir aus auch auf dem Handy, wenn es irgendwie sein muss. Bei dem Roblox-Event war eben das Ding, dass dann da sämtliche Avatare von irgendwelchen Mitspielern auf Roblox angefangen haben, vor dem Bildschirm rumzuspringen. Und das war dann doch ein bisschen stört und hat auch ein bisschen abgelenkt zum Teil. Deswegen, wir fangen jetzt hier einfach ganz sauber an und quatschen jetzt hier über Episode 1 von Jurassic World Chaos Theory. Mit dem Titel Aftershock oder eben im Deutschen Nachbeben. Viel Spaß. Ja, ich weiß noch, als wir über die erste Episode bereits gesprochen hatten, da habe ich ganz groß getönt, ich werde mir die Serie auf jeden Fall auf Englisch anschauen. Und das werde ich auch machen. Ich habe mir allerdings jetzt doch vorgenommen, mir den allerersten Durchgang der Serie dann doch auf Deutsch anzuschauen. Zum einen eben einfach aus rein nostalgischen Gründen. Ich habe mir nämlich den Trailer nochmal auf Deutsch angeguckt. Und gerade wenn man dann zum ersten Mal Darius' Stimme wiederhört, die man eben auch wiedererkennt, das hat dann doch irgendwie einen anderen Effekt. Das heißt, wenn es jetzt hier erneut irgendwelche Übersetzungsabwandlungen gibt, die wir auch schon im Trailer mitbekommen haben, dann werde ich die jetzt hier einfach mitnehmen, weil ich die Serie auf jeden Fall bei der Episodenbesprechung einzeln komplett auf Deutsch schauen werde. Danach aber nochmal komplett auf Englisch. Dann gibt es noch unseren großen Spoiler-Talk zusammen mit Mirko vom Prehistoric Zone. Und dann kann ich ja ein bisschen darauf eingehen, ob vielleicht wieder etwas, naja, nicht sinngemäß übersetzt wurde. Hoffen wir einfach mal, dass das nicht wirklich passiert. Episode 1 startet tatsächlich mit dem Teaser. Das habe ich im letzten Video überhaupt nicht erwähnt, dass der erste Teaser, den wir jemals von Jurassic World Chaos Theory bekommen haben, das ist jetzt einfach das Intro. So, wir hatten ja davor immer das Intro gehabt, wo der T-Rex durch das Camp Cretaceous-Jurassic-World-Tor hindurchgebrochen ist. Und jetzt haben wir eben als Intro den Moment, wo der T-Rex auf so einer Landstraße für einen Unfall sorgt, weil er eben gerade von einem Helikopter verfolgt wird. Finde ich eine ganz coole Sache, aber ich bleibe hier auch dabei, weil es wurde ja auch schon gesagt, dass in der Serie wohl Großfresschen oder Kleinfresschen eine Rolle spielen würde. Ich glaube trotzdem, dass das hier allerdings in dem Intro zumindest weiterhin Rexy sein soll, weil diese Szene basiert ja auf einer herausgeschnittenen Szene aus Jurassic World Dominion. Wo wir eigentlich auch hätten sehen sollen, wie ein Autounfall mit so einem Tanklaster passiert, weil der T-Rex über die Straße stapft. Die Szene hat es aber nicht übers Drehbuch hinaus geschafft. Beziehungsweise gibt es dazu sogar Konzeptzeichnungen. Das alles hatten wir bereits besprochen gehabt in den Deleted-Scenes-Videos. Da habe ich dir das zu Jurassic World Dominion gerade mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Da habe ich auch dann die Konzeptzeichnung mit eingeblendet gehabt. Wir treffen jetzt also erneut auf einen Darius, der sichtlich gealtert ist. Und der ist in seinem Auto unterwegs und hört ein bisschen Radio. Und hierbei ist interessant, dass wir ähnliche Radiosender und ähnliche Radionachrichten hören, wie auch zu Battle at Big Rock. Im englischen Original sind das sogar, kleiner Funfact, dieselben Stimmen wie die, die im Radio in Battle at Big Rock zu hören sind. Und die reden so ein bisschen darüber, was jetzt eigentlich Sache ist. Wie gehen wir jetzt als Menschheit mit dem Fakt um, dass Dinosaurier überall auf der gesamten Welt existieren. Und wir hören ja sehr viele kritische Stimmen. Zum Teil auch, naja, so angelehnte Zitate an das von, an den, den Spruch von Dr. Ian Malcolm, wo er noch meint, naja, die Dinosaurier haben ein Recht darauf, ausgelöscht zu werden. Sowas in der Art wird dann nämlich auch nochmal angesprochen. Und dann gehen wir auf eine sehr interessante Sache ein. Denn ein Radiosprecher sagt dann nämlich noch, naja, das finden die Nubla Six sehr wahrscheinlich ein bisschen suffisant, was sie eben gerade gesagt haben. Dann geht man darauf ein, was für eine Ironie es eigentlich ist, dass die Nubla Six es geschafft haben, lebendig von der Isla Nubla herunter zu kommen. Und dann aber auf dem Festland, ja, da leidet einer von ihnen ein Dinosaurierangriff und wird gefressen. Das wird hier wirklich gesagt. Allerdings erfahren wir hier noch gar nicht, dass es sich dabei um Brooklyn handelt. Und da muss ich jetzt dem Trailer wirklich eine riesen Kritik anheften. Mussten wir wirklich im Trailer schon erfahren, dass Brooklyn gestorben ist? Und ich frage das jetzt ganz, ganz deutlich so, weil die Serie auch, die spielt ein bisschen damit, dass wir eben nicht wissen, wer von den Nubla Six jetzt wirklich gestorben ist. Das wird gleich nochmal deutlich, dann gehe ich ein bisschen detaillierter darauf ein, was ich jetzt damit meine. Wir finden nämlich kurz daraufhin auch heraus, was das für Fußspuren sind, die da auf der Straße zu sehen sind. Diese Fußspuren, die wir auch im Teaser und im Trailer schon gesehen haben, wo es ja ganz viele Spekulationen gegeben hat, könnten das Fußspuren des Dinosaurus sein? Natürlich nicht, nein. Wir erfahren jetzt, dass hier ein, im Deutschen wird er Pachyrinosaurus genannt, dass das eben so ein Tier ist, das sich hier durch die Wälder von Big Rock hindurch schlendert. Zwei Mitglieder der sogenannten DPW sind auf der Spur dieses Dinosauriers und wollen eben herausfinden, ob da alles in Ordnung ist. Die DPW ist quasi eine Organisation, das Department of Prehistoric Wildlife, die die Saurier im Auge und eben auch in Schacht halten sollen. Und die finden eben heraus, ja, das ist so ein Pachyrinosaurus, der da draußen eben im Wald herumläuft und der ist aber irgendwie relativ nervös. Einer der beiden Wildlife Mitarbeiter erschreckt sich dann plötzlich auch vor diesem Dinosaurier und schießt so einen Betäubungspfeil in die Luft, woraufhin dann das Tier noch ein bisschen wilder wird. Und dann taucht unser Darius auf und ja, der Moment, ihn jetzt wieder zu sehen, ist dann doch, das hat schon so ein bisschen Gänsehaut in einem ausgelöst. Und dann kommt eben auch noch die deutsche Stimme ins Spiel und es ist eben derselbe Synchronsprecher. Das hat gerade bei mir so ein richtig, so ein richtig warmes Gefühl ausgelöst, denn ihr wisst ja, ich bin total nostalgieanfällig und deswegen macht es für mich dann doch Sinn, die Serie erstmal komplett auf Deutsch zu schauen, alleine wegen den Stimmen. Und Darius zieht dann hier diesen Owen-Move ab, also nur eben in wesentlich besser und realistischer. Das fühlt sich auf jeden Fall sehr viel organischer an, dass Darius dann auch quasi so auf das Tier zuläuft, den einfach nur beruhigen will. Und er redet mit dem Tier und sagt dann auch noch Sachen von wegen, ja, eine Freundin von mir behauptet zwar, dass du verstehst, was ich sage, aber ich glaube, du bist einfach nur auf meine Stimme fixiert. Und deswegen rede ich jetzt auch ganz ruhig mit dir, damit auch du ganz ruhig bleibst. Was ich sehr cool finde, das hat sich alles sehr, sehr organisch angefühlt und ich glaube, die Freundin, von der er spricht, ist Sammy. Weil Sammy ist ja schon so ein bisschen, ich will nicht sagen verrückt, aber die ist ja, die ist glaube ich schon einmal zu oft gegen den Pfosten gelaufen. Sehr sympathisches Mädel. Ja, ich glaube, dass das so eine Anspielung auf Sammy gewesen ist. Und das Tier beruhigt sich dann daraufhin auch und Darius stellt fest, dass der Pachy Rhinosaurus auf so einem Stück von einem Stacheldrahtzaun draufgelaufen ist. Und der hängt ihm eben noch am Fuß. Und nachdem der Stacheldraht entfernt ist, wird das Tier auch wieder ganz friedlich. Ist eine wirklich sehr schöne Szene, wo man dann auch wieder merkt, was für einen Bezug Darius zu diesen Tieren hat. Und ich muss sagen, sie haben es hier erneut geschafft, das Ganze wieder mal besser aufzuziehen, als Jurassic World Dominion oder Jurassic World generell es jemals gemacht hat. Wir sehen zum allerersten Mal ein Dinosaurier und du verstehst sofort diese Faszination. Warum schafft es die Serie immer wieder diese Erstfaszination hervorzubringen? Das hatten wir auch in Camp Cretaceous bereits gehabt. Und da war der erste Saurier, den wir wirklich in echt gesehen hatten, das war ein Compi gewesen, der entlaufen ist. Und sie haben es sogar geschafft, mit Darius, der auf diesen Compi reagiert, diese Faszination an Dinosauriern mit diesem Compi hervorzubringen. Die Jurassic World Filme schaffen das nicht mal mit einem Brachiosaurus. Vielleicht aber einfach nur, weil jede Szene in Jurassic World mit dem Brachiosaurus ein billiger Abklatsch ist von dem Original Jurassic Park Film. Und in der Serie hier nehmen sie sich einfach Freiheiten, das anders zu beleuchten. Aber sie schaffen es definitiv wieder. Und du hast so, es ist so ein Gefühl von nach Hause kommen. Irgendwie sind wir jetzt wieder zu Hause und das, obwohl wir nicht mal auf der Isla Nubla sind. Wir sind einfach jetzt irgendwo in der Wildnis, in der Nähe der Big Rock Mountains und treffen halt Darius wieder, der auf einen Dinosaurier trifft. Und du hast sofort das Gefühl, ja, das ist die Welt, die ich kenne und liebe. Ich bin also, ihr merkt schon, ich bin ultimativ drin aktuell. Und naja, wir lernen dann daraufhin so ein paar Fakten noch kennen. Die Nubla 6 sind relativ berühmt auf der ganzen Welt. Ich meine, was ja auch Sinn macht, die wurden für tot geglaubt und sind dann nach Ewigkeiten später gerettet worden. Und dann eben, naja, kam raus, wir haben einfach überlebt. Alleine auf so einer Insel von Dinosauriern. Das wird dann sogar noch mal von dem einen Wildlife Mitarbeiter so adressiert, wenn er sagt, ey, ich hätte das auf der Insel, hätte ich das nicht überlebt. Und die Frau, also die Mitarbeiterin dieser Wildlife Group, die kennt Darius tatsächlich auch persönlich. Denn während ihr Mitarbeiter ihn noch so ganz verstohlen anschaut und dann sagt, nein, du bist, du bist doch, du bist Darius, einer der, der Nubla 6 will er also sagen, quasi wie so eine Legende. Und sie geht einfach zu ihm hin und umarmt Darius dann. Und wir finden heraus, dass Darius wirklich eine Zeit lang ein Mitarbeiter des Department of Prehistoric Wildlife gewesen ist. Also Darius hat mal für die gearbeitet und das hier ist seine Chefin gewesen. Und sie macht dann daraufhin auch einen Witz und sagt, ja, Darius, ey, ich wusste gar nicht, dass du immer noch nach Dinosauriern jagst. Und wenn du jetzt wieder mit im Rennen bist, wie wäre es, wenn du dich einfach wieder uns anschließt? Und Darius sagt dann daraufhin, ja, ich jage keine Dinosaurier, ich jage nur diesen einen Dinosaurier. Und er geht auf den Allosaurus ein, beziehungsweise spricht dann sie den Allosaurus an. Und wir merken plötzlich, okay, wir sind also schon mitten in der Geschichte drin. Es ist bereits irgendetwas vorgefallen. Irgendeine Person der Nubla 6 scheint von einem Allosaurus gefressen worden zu sein. Es wird bisher aber noch im Dunkeln gelassen, wer von denen das ist. Und wir gehen gleich nochmal darauf ein, warum mich das so stört, dass der Trailer uns das schon vorweggenommen hat. Naja, wie gesagt, der Pachy Rhinosaurus ist auf jeden Fall erstmal ruhig gestellt und ist total friedlich und grasst dann einfach. Und der Wildlife-Mitarbeiter, also der Kollege von der Frau, will ihm dann einen Apfel geben. Da hast du auch wieder so eine schöne Szene, die natürlich sehr kindlich und sehr romantisiert ist. Aber sie ist einfach irgendwie, sie führt dich mehr an dieses Thema ran, dass Dinosaurier einfach wirklich nur Tiere sind. Denn auch wenn das hier ein Pflanzenfresser ist, sagt Darius ganz klar, ey, passen sie aber auf, der ist halt trotzdem immer noch gefährlich. Man unterscheidet jetzt hier nicht mehr so krass mit Pflanzenfresser, das sind alles immer die Guten. Und die, die Fleisch essen, sind immer die Bösen. Man sagt hier auch ganz klar, ey, das ist halt ein Tier, der, wenn du den erschreckst oder ähnliches, dann kann der auch komplett durchdrehen. Und der Wildlife-Mitarbeiter freut sich aber einfach seines Lebens und es ist schon wirklich putzig. Da kommt dann auch so im erwachsenen Mann das Kind wieder raus und plötzlich erstarrt das Tier vor ihm und man denkt sich, oh nein, geht er jetzt auf ihn los? Hat er irgendwas falsch gemacht? Und der Pachy Rhinosaurus schaut langsam nach oben und du merkst, oh je, da kommt irgendwas Größeres und der Allosaurus taucht auf. Nicht einfach irgendein Allosaurus, nein, der Allosaurus aus Jurassic World Battle at Big Rock. Daran zu erkennen, dass der auf der einen Seite so ein blindes Auge hat, was ihm ja in dem Kurzfilm zugefügt wurde. Ein paar von euch haben mir auch schon geschrieben, Tobi, wo kann ich denn Battle at Big Rock sehen? Ist vielleicht noch ganz wichtig, mal nebenbei reinzuwerfen. Battle at Big Rock kannst du komplett auf YouTube sehen, komplett kostenlos. Das Ganze war mal als Werbematerial angedacht, das ist ein Kurzfilm, der geht auch nicht lange. Ich glaube, acht Minuten, bisschen mehr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da kannst du dir den Film auf jeden Fall anschauen. Das ist quasi das Prequel zu Chaos Theory, allerdings gibt es diesen Kurzfilm nur auf Englisch. Sogar auf der Blu-ray oder auf der 4K-Variante von Jurassic World Dominion, von der Extended Version, da ist das zwar mit drin, aber ebenfalls nur auf Englisch verfügbar. Wir sehen also jetzt, wie der Allosaurus plötzlich aus dem Gebüsch heraus auftaucht und auf den Pachy Rhinosaurus losgeht. Darius erkennt dabei das blinde Auge des Allosaurus und bekommt dann wie so ein Flashback. Und jetzt sehen wir scheinbar aus der Sicht von Darius, also ich vermute mal, dass dieser Flashback wirklich aus der Ego-Perspektive sein soll, wie ein Wildlife-Mitarbeiter, so ein älterer Herr, über einer gewaltigen Blutlache gebeugt ist und der Allosaurus im Hintergrund wegrennt. Das heißt, wir wissen, dass es scheinbar jemanden, der Noobla 6 erwischt hat. Davon, dass jemand gefressen wurde, ist ebenfalls im Radio die Rede gewesen. Und jetzt sehen wir wirklich eine gewaltige Blutlache und ein Allosaurus. Darius fährt dem Allosaurus hinterher und will ihn unbedingt fangen oder vielleicht sogar töten. Das wird jetzt hier noch nicht wirklich erklärt. Aber er scheint wohl vor Ort gewesen zu sein, als das passiert ist, beziehungsweise kurz nachdem eine Person der Noobla 6 gefressen wurde. Deswegen hat Darius ja auch diesen Allosaurus auf dem Schirm, weil er ihn wegrennen hat sehen. Am Ende geht das Ganze aber nicht ganz so gut für Darius aus. Er schafft es nicht, den Allosaurus einzufangen und ruft dann kurz daraufhin erst einmal Brooklyn an. Und ja, sie meint eben hier am Telefon, ist sie eh nicht erreichbar, einfach auf die Mailbox sprechen. Und Darius spricht dann auf ihre Mailbox und sagt, ey, ich habe den Allosaurus gefangen, ich habe ihn fast bekommen und ich weiß, wo er hingelaufen ist. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt. Die Serie will uns hier ganz klar auf die Fährte führen, dass wir als Zuschauer sagen, okay, einer der Noobla 6 ist auf jeden Fall gestorben, aber es kann schon mal nicht Brooklyn sein, weil er die ja gerade noch anrufen wollte. Das heißt, wenn du nicht weißt durch den Trailer, dass Brooklyn hier gestorben sein soll, ist der Schockmoment nochmal wesentlich größer, wenn du zuerst mitbekommst, dass Darius versucht Brooklyn anzurufen und dann später Ben ihn darauf anspricht, ob er sie eigentlich noch alle hat, sie anzurufen, weil er weiß ja, dass sie eigentlich tot ist. Ich meine, der Trailer vermarktet damit natürlich die extrem gute Geschichte, die da jetzt ausgearbeitet wird oder werden könnte. Wie gesagt, ich habe bisher nur Episode 1 gesehen und das war schon ein krasser Moment im Trailer, als er wirklich damit anfängt, Brooklyn ist tot. Ich denke mir einfach nur, es wäre vielleicht ein bisschen cooler gekommen, wenn man in den Trailer nur erfahren hätte, dass eine Person gestorben ist, wir aber jetzt erst in der Serie erfahren hätten, wer das gewesen ist. Dann hätten wir nämlich vorher sehr lange spekulieren können, ist es Brooklyn, ist es Kenji, keine Ahnung wer. Sie hätten uns ja einfach nur Ben und Darius zeigen müssen und den Rest hätten wir ja alles irgendwie erstmal in die Theorien mit einbinden können. Dann wäre jetzt eben noch die Szene hier passiert, dass Darius versucht Brooklyn anzurufen. Wir hätten schon gedacht, okay, Brooklyn kann es also nicht sein und dann kommt raus, doch, es ist Brooklyn. Das war einfach vom Marketing her, finde ich, ein bisschen, es hätte besser gelöst sein können. Naja, macht im Endeffekt aber gar nichts. Wir bekommen danach ebenfalls mit, dass Brooklyn's Tod generell, ich will nicht sagen weltweit die Runde macht, aber zumindest im US-amerikanischen Raum scheint Brooklyn's Tod ein Riesending zu sein, was im Radio besprochen wird. Die beiden Wildlife-Mitarbeiter, die fahren dann auch nochmal kurz an Darius vorbei und sagen ihm, ey, dein Reifen ist übrigens kaputt, würde ich vorher mal auswechseln. Und dann reden die beiden auch nochmal zu zweit einfach im Auto darüber, dass Darius eigentlich wirklich ein armes Schwein ist. Und der Mitarbeiter geht dann darauf ein, ja, ja, auf jeden Fall, ich glaube, ich wäre auch total traumatisiert, wenn ich allein auf einer Insel mit Dinosauriern gewesen wäre. Und daraufhin sagt dann sie, nee, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um das, was danach passiert ist. Also es scheint wirklich jeder davon zu wissen, was mit Brooklyn passiert ist. Ich behaupte einfach immer mal angeblich passiert ist, noch ist mir das alles ein bisschen zu schwammig. Ich glaube da noch nicht dran, dass sie wirklich gestorben ist. Aber da können wir jetzt am Ende des Videos auch nochmal ganz kurz auf meine Theorie eingehen, was denn da dahinter steckt. Darius fährt daraufhin in sein neues Zuhause, mitten im Wald, in so einer relativ chilligen Holzhütte, wo er auch alles außenrum mit so selbstgebauten Alarmanlagen abgesichert hat. Das ist großteils, dass irgendwelche Dosen, die eben anfangen zu klappern, wenn ein Dinosaurier sich diesem Gebiet nähern sollte. Und es macht auch Sinn, sich dort so abzusichern, weil er eben wirklich in der Wildnis ist. Und in der Wildnis laufen Dinosaurier rum, unter anderem auch ein nicht unaggressiver Allosaurus. Wir bekommen mit, dass Darius Anrufe bekommt von seinem Bruder, der einfach mal nachfragen will, wie geht's dir eigentlich. Kenji hat wohl keinen guten Draht mehr zu Darius. Das wird auch ganz kurz mal angerissen, dass die wohl nicht mehr miteinander sprechen und die gesamten Nubla 6 haben sich so ein bisschen, ja, auseinandergelebt. Darius schnappt sich dann auch noch so ein altes Videomaterial, wo eben die Nubla 6 noch drauf sind, wo sie halt noch wirklich Kinder waren, quasi zum Ende der fünften Staffel hin. Da wurden sie eben interviewt und es hat so einen ganz, ah, so einen ganz fiesen Charme. So, das ist, ein paar von euch werden es vielleicht kennen, wenn ihr älter seid, man denkt so an die Zeit von früher zurück, gerade eben in der Schulzeit, dass man da noch so seine eigenen Leute um sich hatte. Man hat sich jeden Tag miteinander getroffen, dann kamen irgendwelche Partys dazu und nach der Schulzeit dann, dann verliert man sich in der Regel. Das ist einfach ganz normal, man lebt sich auseinander und das habe ich auch. Also ich kenne das auch noch, wenn ich gerade auf Geburtstagen wieder bin oder auch bei Hochzeiten inzwischen von ehemaligen Klassenkameraden. Und man sieht dann alle so wieder von früher, man denkt sich, wie krass eigentlich, dass man sich so krass auseinandergelebt und eben auch verändert hat. Aber das ist eben einfach das Leben und diese Serie, die bringt das so perfekt rüber, diesen Gedankengang, den Darius einfach dann hat, wo er sich dieses Video anschaut. Und es wird ohne, ohne einen Dialog erzählt. Also durch reine Musik im Hintergrund und eben durch den Gesichtsausdruck von Darius. Und dann beginnt es. Dann fangen die Sachen an, sehr mysteriös zu werden. Jurassic World Camp Cretaceous, nein, Jurassic World Chaos Theory soll ja wohl auch eine sehr starke Mystery-Serie werden. Und plötzlich klingelt das Telefon zuerst nochmal, Darius geht ran und wer auch immer am anderen Ende des Apparats gewesen ist, legt einfach wieder auf. Gut, war anscheinend ein Telefonstreich. Plötzlich hört man im Hintergrund, wie diese Alarmdosen, nenne ich sie einfach mal, anfangen zu klackern. Also irgendetwas bewegt sich gerade auf das Haus zu. Und Darius ist ebenfalls sehr schockiert, was das denn sein könnte. Und er packt sich seinen Elektroschocker, macht die Tür auf und sticht erstmal direkt nach draußen. Gott sei Dank hat Ben scheinbar den Ultrainstinkt gelernt und kann einfach reflexartig diesen Stab festhalten. Ich denke mir, wenn das die Frau gewesen wäre, die Darius ja auch kennt, die vielleicht nochmal nach ihm sehen will, ob alles okay ist, ich glaube, die hätte einfach den Taser voll abbekommen. Also wirklich einfach die Tür aufmachen und dann rauszustechen, ist nicht gut. Macht das auf jeden Fall nicht. Er hat ja Ben nicht getroffen und er kommt dann eben rein und Ben ist sichtlich nervös. Er stellt auch ganz viele seltsame Fragen wie, ja wie ist denn das eigentlich jetzt hier, gibt es hier eigentlich viel Niederschlag, habt ihr viel Regen und schöne Aussicht und sowas. Und Darius sagt dann auch Ben, jetzt kennen wir uns inzwischen schon einige Jahre, ich merke, wenn irgendwas los ist. Also weil er sich halt aber auch sehr auffällig komisch verhält. Ben checkt dann dabei erstmal so die Fenster ab, macht auch dann so die Jalousien runter, macht das Licht erst einmal aus und fängt dann an so ein bisschen was auszupacken über seine Gedanken, die er aktuell hat. Die hängen zusammen mit dem Tod von Brooklyn und dann bekommen wir jetzt auch die Szene, Ben spricht den Allosaurus erstmal an. Er meint zu Darius, setz dich, bitte nicht ausflippen, aber es geht um den Vorfall mit dem Allosaurus. Daraufhin erzählt dann auch Darius, ja ja, ich habe ihn gesehen und habe dann auch Brooklyn angerufen und dann meint eben Ben, ja, aber bist du bescheuert, weil Brooklyn ist ja eigentlich tot. Jetzt erfahren wir eigentlich erst in der Geschichte selber, dass Brooklyn die Person ist, die anscheinend gestorben ist. Es wäre einfach ein krasser Moment gewesen, wenn das wirklich auch für uns das erste Mal gewesen wäre, dass wir das wirklich gehört hätten. Naja, Darius gibt sich auf jeden Fall selber die Schuld für den Tod von Brooklyn, das sagt er auch dann zu Ben, weil Ben meint, ey, du weißt aber schon, dass du hättest nichts ändern können, wenn du da gewesen wärst. Und Darius meint aber doch wahrscheinlich schon und deswegen ruft er auch Brooklyns Mailbox immer wieder an, weil er ihre Stimme hören will und weil er sich bei ihr entschuldigen will und ihr erzählen will, dass er den Allosaurus jagt. Es macht ihn also einfach extrem fertig, was da alles passiert ist. Ja, die Serie ist um einiges erwachsener geworden, die Probleme, die wir jetzt hier haben, die gehen schon so ein bisschen ins Mark rein. Also ich konnte Darius so in jeder Sekunde nachvollziehen, was er dafür für Gedankengänge hat, was er gerade wirklich fühlt. Und das, obwohl ich nie in so einer Situation gesteckt habe bis jetzt, dass irgendwie, keine Ahnung, dass jemand aus meinem Freundeskreis auf mysteriöse Art und Weise von einem Nilpferd oder so gefressen wurde. Aber das macht die Serie einfach unfassbar gut, uns diese Gefühle rüber zu bringen. Und Ben erzählt dann, nachdem Darius ihn angeschrien hat, der Allosaurus ist einfach nur ein wildes Tier, dass das nicht so stimmt. Also ja, das Tier ist wild allen Anschein nach, aber Brooklyns Tod scheint kein Unfall gewesen zu sein, behauptet Ben eben einfach mal so ganz stur in den dunklen Raum und erklärt dann danach, wie er auf diese Idee kommt. Unter anderem baut Ben jetzt eine gewaltige Verschwörungstheorie auf, denn er sagt, warum ist Brooklyns eigentlich da gewesen, wo sie gewesen ist? Hat sie dir jemals erzählt, was sie da eigentlich entdeckt hat? Und Darius dann, nö, hat sie nicht. Warum war der Allosaurus zufällig genau in dem Augenblick da, wo sie etwas in die Kamera in das Video erzählen wollte? Und dann sagt Ben etwas sehr Interessantes, nämlich, wie kann es denn sein, dass das Department of Prehistoric Wildlife, DPW, wie kann es denn sein, dass die so schnell vor Ort gewesen sind? Da bin ich ganz kurz drüber gestolpert, weil Ben damit auf jeden Fall impliziert, dass die da irgendwas mit zu tun haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier so eine Art Marvel-Shield-Twist bekommen. Wer nicht weiß, wovon ich gerade rede, Shield ist so eine Organisation bei Marvel, die eigentlich immer für Recht und Ordnung gesorgt hat und dann kommt aber irgendwann heraus, Achtung, Spoiler für Marvel, dass Shield eigentlich eine von Hydra unterwanderte Organisation ist. Und Hydra ist sowas ähnliches wie die Nazis eigentlich gewesen und dann haben wir eben den Twist, dass die auf einmal böse sind. Und ich glaube, sowas ähnliches könnten wir hier auch bekommen, dass diese ganze Geschichte mit der DPW, dass die wirklich irgendwie Dreck am Stecken haben. Jetzt nicht alle von denen, ich glaube nicht, dass die zwei vom Anfang da mit drin stecken, aber ich glaube, dass generell da mehr dahinter steckt. Ben geht dann ebenfalls auf das sogenannte Dark Jurassic ein und das ist sowas wie das Telegramm im Jurassic-Universum. Da versammeln sich dann doch so sehr viele Leute unter dem Deckmantel von Meinungsfreiheit und erzählen sich da einfach alle möglichen blöden Theorien und verkaufen die eben als wahre Münze. Und Ben sagt dann daraufhin, nee, nee, so ist es aber eigentlich gar nicht. Wir, es gibt im Dark Jurassic tatsächlich einige Dinge, die gar nicht mal so weit hergeholt sind. Und dann erklärt er Darius, dass er auch da nach dem Allosaurus geforscht hat und dann wurde er irgendwann angeschrieben, ob er nicht jemand, der Nublar Six wäre. Das heißt, jemand hat die Recherche nach dem Allosaurus direkt verbunden damit, dass da jemand versucht herauszufinden, was mit Brooklyn passiert ist. Und dann will Ben Darius eigentlich E-Mails zeigen, die er bekommen hat, unter denen ebenfalls Morddrohungen und andere Dinge gewesen sind. Und die gesamten E-Mails, das gesamte Postfach ist komplett leer. Er hat jetzt keine Beweise mehr, er hat jetzt nichts mehr und steht eben einfach vor Darius. Der ist kurz davor an auch zu sagen, Ben, du interpretierst da gerade irgendwas rein, gerade eben auch Dark Jurassic-Man. Das sind alles Verschwörungstheoretiker und auf einmal sieht Darius etwas draußen vor dem Haus, macht das Licht aus und wir sehen den Schatten des ersten Atrosi-Raptors. Der dann auch kurz darauf in einem kleinen, netten Jumpscare durchs Fenster hindurch springt und dann taucht auch noch ein zweiter auf und wir haben dann so eine ziemlich coole, ziemlich coole, aber ich würde schon fast sagen, Kampfszene. Mit Darius und Ben gegen die beiden Atrosi-Raptoren, wo sie dann auch wirklich Tische nehmen, um sich vor denen zu verteidigen und Darius dann irgendwann so ein Netzschuss gerät. Ben erwischt dann auch den einen Atrosi-Raptor mit dem Elektroschocker und kann ihn damit erstmal kurz außer Gefecht setzen. Die beiden schaffen es dann aus dem Haus raus, machen die Tür hinter sich zu und denken, jetzt können wir erstmal kurz durchatmen, auf einmal taucht der Atrosi-Raptor-Ghost direkt vor beiden auf und rennt auch noch auf die beiden zu. Wir bekommen einen Cut, die erste Folge ist vorbei. Und hier ganz kurz auch noch eine wichtige Sache, der Schluss, wo der Atrosi-Raptor auf Ben und Darius zu rennt, der hat in der Episode gefehlt, die ich gesehen habe. Die Episode, die ich gesehen habe bei Roblox, die hat da einen Cut gemacht, wo Ghosts Kopf einfach hinter diesem Baum hervorgekommen ist. Da war die einfach vorbei, das heißt, es haben irgendwie zwei Sekunden nochmal gefehlt. Warum auch immer, echt keine Ahnung, was da los war, aber auf jeden Fall ist das die erste Episode gewesen. Jetzt nochmal schnell zu meiner Theorie, was mit Brooklyn passiert ist. Ich bleibe dabei, Brooklyn hat die Story bekommen, die ursprünglich eine gewisse Sydney bekommen haben sollte. Das war ein ganz, ganz frühes Konzept zur Serie, wo Sydney bei einem Vorfall am Lockwood-Anwesen in den Big Rock Mountains bei einem Vorfall mit einer Kreatur einen Arm verlieren sollte. Das würde auch erklären, wo diese Blutlache da unten herkommt. Ich glaube, dass Brooklyn nicht unbedingt einen Arm verloren hat, aber dass sie auf jeden Fall verletzt wurde, aber immer noch lebt. Das ist meine Theorie. Wie gesagt, hier wird nichts gespoilert, aber davon gehe ich einfach noch aus. Bis jetzt. Gut ihr Lieben, dann schreibt mir auf jeden Fall jetzt mal eure Meinung zur ersten Episode in die Kommentare unten rein. Ich mache mich jetzt weiter mit Episode 2 und dann sehen wir uns hier beim nächsten Video wieder zur zweiten Episode zu Jurassic World Chaos Theory. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.